Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben heute ein Thema, womit sich sehr, sehr viele momentan beschäftigen, zumindest die Frauen. Und zwar, mein Nagelstudio hat geschlossen und ich weiß nicht, was ich mit meinen rausgewachsenen Nägeln machen soll. Ist eine schwierige Zeit für die ein oder andere, ist wirklich verständlich. Vor allem, wenn man absolut keine Ahnung hat, wie man mit so Gelnägeln umgehen kann, wenn das Nagelstudio geschlossen ist. Aber wir werden das gemeinsam schaffen und ich werde euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr diese Zeit überbrücken könnt. Also die Gelnägel einfach so zu Hause entfernen, ist ein bisschen schwierig. Kommt bitte auch nicht auf die Idee, die Gelnägel mit Gewalt von der Nagelplatte zu entfernen. Macht das bitte nicht. Dadurch beschädigt ihr nur den Naturnagel. Also ihr tut euch dadurch keinen Gefallen und der Körper braucht wesentlich länger, bis die Regeneration anfängt und bis sich der Nagel von alleine repariert, dass wieder eine Modellage halten kann und dass man eine Modellage wieder auf den Nagel verarbeiten kann. Also das rate ich euch auf jeden Fall ab, weil wir reden hier so von drei, vier Wochen höchstwahrscheinlich, die ihr noch überbrücken müsstet. Das hört sich wirklich tragischer an, als es ist. Deswegen bitte ich euch, die Nägel nicht mit Gewalt zu entfernen. Es laufen gerade auch viele Videos im Internet rum, dass man die Nägel irgendwie mit Zahnseide, man geht da irgendwie rein, pult da ein bisschen rum, steckt dann die Zahnseide rein und zieht das Ganze durch. Macht das bitte auch nicht. Also ist auch No-Go. Macht sowas nicht. Ihr macht dadurch nur eure Nägel kaputt. Wirklich. Also ihr tut euch damit keinen Gefallen. Klar sind die Nägel ab, aber ist es das Ganze wert? Ich denke nicht. Weil wenn ihr das Ganze macht, ihr reißt das Ganze ja ab. Und ich hole mal kurz einen Tipp, ich zeige euch das mal. So, jetzt habe ich kurz einen Nageltipp geholt. Könnt ihr das sehen? Also es ist ein stinknormaler Nageltipp, so ein Demo-Nageltipp. Also angenommen, ihr habt das Ganze jetzt hier drauf, reißt das Ganze mit Gewalt ab. Dann haben wir hier die Innenseite von unserem Tipp. Ich zoome euch mal ran. Könnt ihr das erkennen? Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also dann habt ihr hier diese Innenseite vom Tipp. Und da klebt dann quasi die Nagelplatte, die ihr hier mit abgerissen habt. Wir haben ja von Natur aus einen Schutz, was uns der liebe Gott gegeben hat. Das heißt, wenn wir uns aufschneiden, repariert sich der Körper ja von alleine. Wir haben ja auch gewisse Bakterien zum Beispiel überall auf unserer Haut. Und die schützen uns ja schon vor gewissen Viren, vor gewissen Bakterien. Aber wenn wir zum Beispiel den pH-Wert durch zu aggressive Seifen zum Beispiel in der jetzigen Zeit beschädigen, dann ist unsere Haut angreifbar, weil der pH-Wert nicht mehr dem entspricht, den wir brauchen, damit wir uns von den Umwelteinflüssen schützen können. Und das ist mit den Nägeln eigentlich genauso. Das heißt, ihr reißt ja den Nagel ab und hier hinten, hinter dem Tipp oder hinter dem Gelnagel, was ihr abreißt, befindet sich ja dann eure Nagelplatte. Der Nagel verliert seinen Schutz, weil die Nägel haben auch einen Schutz von Natur aus, damit keine Viren eindringen, damit keine Bakterien so schnell eindringen. Tja, wenn wir das Ganze jetzt einfach abreißen, dann hat unser Nagel gar keinen Schutz mehr. Und dann ist unser Nagel anfälliger für irgendwelche Nagelkrankheiten. Vergiss das bitte nicht. Dann habe ich in letzter Zeit sehr viele Videos gesehen, dass man die Nägel ganz einfach zu Hause mit Aceton entfernen kann. Das geht doch gar nicht. Das funktioniert gar nicht. Also ihr könnt UV-Nägel, UV-Gelnägel, könnt ihr zu Hause nicht mit Aceton entfernen. Also viele machen da dann irgendwelche Videos, die rauen sich dann den Nagel an, tunken dann die Hände in Acetonlösung und ja, dann warten sie eine halbe Stunde. Dann holen sie die Hand wieder raus und dann tun sie das Ganze mit einem Rosenholzstäbchen einfach komplett entfernen. Also mit Gelnägeln geht das leider nicht. Deswegen kommt bitte nicht auf die Idee. Und steckt eure Hand in irgendwelche Acetonlösungen. Das braucht ihr gar nicht. Also das strapaziert auch unnötig die Haut, die Hände. Das könnt ihr machen, wenn ihr Acryl-Nägel habt. Weil Acryl kann man in der Tat wirklich mit Aceton entfernen. Was kann ich denn sonst tun, um die Nägel zu entfernen? Ihr könnt die Nägel zu Hause mit einem elektrischen Fräser. Aber entfernen würde ich jetzt nicht sagen, weil komplett entfernen braucht ihr die Nägel ja nicht. Wir reden hier von einer Überbrückungszeit von maximal vier oder fünf Wochen vielleicht noch, wenn überhaupt. Also ich verfolge ja auch die Nachrichten regelmäßig. Ich schaue mir die Statistiken regelmäßig an von den ganzen Infektionskrankheiten. Und wir haben das, so wie es aussieht, schon etwas unter Kontrolle. Das könnte sein, dass wir wirklich in den nächsten zwei, drei Wochen schon wieder öffnen dürfen. Und dann normalisiert sich hoffentlich unser Leben auch wieder. Deswegen würde ich euch auch gar nicht raten, die Nägel komplett zu entfernen. Denn das ist immer ein bisschen gefährlich, zu Hause die Nägel selber zu entfernen. Also wenn der Kunde einen Termin bei uns bucht und die Modellage entfernt haben möchte, dann machen wir das mit dem elektrischen Fräser. Weil das ist einfach zeitsparender. Es geht schneller, wir können viel detaillierter arbeiten. Wir kommen mit dem elektrischen Fräser und den speziellen Aufsätzen in gewisse Bereiche rein, womit wir eben mit einer Handpfeile nicht wirklich reinkommen. Und ich habe das Ganze einfach ein bisschen besser unter Kontrolle. Ja, was machen wir jetzt, wenn wir keinen elektrischen Fräser zu Hause haben? Weil viele haben keinen elektrischen Fräser zu Hause. Ja, da hilft uns eigentlich nur eins oder zwei. Einmal eine Nagelpfeile und einmal ein Nagelwaffe. Mit diesen zwei Hilfsmitteln könnt ihr die Niedel so gut es geht kürzen. Ich würde euch empfehlen, die Farbe abzufeilen. Also wirklich nur die Farbe abmachen, weil wir möchten ja wirklich nur diese Zeit überbrücken. Wir möchten ja keinen Schaden an unseren Naturnägeln anrichten. Wir nehmen einen ganz normalen Buffer dafür und den haben eigentlich sehr, sehr viele zu Hause. Was wir noch brauchen, ist eine Pfeile. Ich habe hier eine Trapezpfeile in der Körnung 100 zu 180. Hier könnt ihr jetzt deutlich erkennen, wie mein Nagel rausgewachsen ist. Und wenn wir den Nagel umdrehen, dann möchten wir das rausgewachsene Stück hier auch noch kürzen. Wichtig ist, dass wir nur hier das Farbgel entfernen. Nicht mehr. Also wir möchten hier hinten die Naturnagel nicht berühren. Und das machen wir halt relativ schnell, wenn wir die Pfeile falsch anlegen. Deswegen legen wir die Pfeile bitte nur bis hierhin an und gehen nicht weiter nach hinten. Sonst befeilen wir den Naturnagel mit und strapazieren ihn unnötig. Dann fangen wir mal an. Also wir befeilen wirklich nur das Farbgel sonst nichts. Wir berühren nicht den Naturnagel hinten. Dann fangen wir mal an. Ich wäre dann soweit. Also so sollte auch euer Nagel aussehen, wie ihr hier deutlich erkennen könnt. Wir haben nur bis hierher gefeilt. Und da kann man auch sehen, da sind noch Gelreste drauf. Von der alten Modellage bis nach vorne. Und hier hinten haben wir den Naturnagel ohne jegliche Produkte. Befeilt also wirklich nur die Stelle, wo Farbgel ist. Und das war's. Als nächstes trage ich dann Nagellack auf. Meine hier ist von P2. Das ist der Volume Gloss Gel Look Polish in der Farbe 21 Young Miss. Das ist ein sehr schöner, bäriger Ton. Und ich finde, das passt auch hervorragend zur aktuellen Jahreszeit. Und das trägt ihr ganz normal auf. Ist ein wirklich stinknormaler Nagellack. Ihr braucht dafür auch keine UV-Lampe, um das Ganze auszuhärten. Wie zum Beispiel bei UV-Nagellack oder Shell-Lack, wie man es so gängig kennt. Und ja, ihr seht hier auch, die Deckkraft ist hervorragend. Und aufgrund dessen, dass es ein Gel-Lack ist, spätet er natürlich nicht so schnell ab, wie ein gewöhnlicher Nagellack. Ich trage zwei Schichten auf, weil ich möchte einfach, dass die Farbe noch satter wird und kräftiger wirkt. Und ja, aufgrund dessen, dass es wie gesagt ein Gel-Nagellack ist, haben wir dann so eine optische Täuschung. Und die Nägel sehen dann aus, als hätten wir die Nägel mit UV-Gel modelliert. Und macht euch bitte wegen der Nagelhaut seitlich keine Gedanken. Für uns ist an erster Stelle wichtig, dass wir den Naturnagel schonend behandeln und die Zeit überbrücken, bis unser Nagelstudio wieder aufmacht, ohne dass wir den Naturnagel strapazieren. Wenn ihr so trockene Stellen habt, da könnt ihr mit einem Nagelöl, könnt ihr diese trockenen Stellen schön behandeln. Meins ist von der Marke Neonail. Ich bin sehr zufrieden damit, kann ich euch auch weiterempfehlen. Wir tragen das Ganze schön auf. Lieber ein bisschen mehr auftragen, als zu wenig. Dann massieren wir das Ganze schön ein und dann erkennt ihr auch relativ schnell, wie die trockenen Stellen verschwinden und euer Nagel schön gepflegt aussieht. Manche haben mich dann auch gefragt, ja, kann ich die Nägel einfach so rauswachsen lassen? Kann man schon machen, aber es hat ja einen Grund, warum wir regelmäßig einen Auffülltermin anbieten. Da wird uns jetzt die Puppenhand sehr behilflich sein. Ihr könnt hier sehen, das ist zum Beispiel ein ganz frisch modellierter Nagel. Wir können hier deutlich den Aufbau erkennen. Und wenn das Ganze rauswächst, dann wächst das ungefähr in drei bis vier Wochen so weit raus. Das kann man jetzt hier seitlich natürlich besser erkennen. Das hier ist der Naturnagel, der aufgefüllt werden muss. Und das hier ist die alte Modellage, die rausgewachsen ist. Bei langen Nägeln ist es halt ein bisschen problematischer, weil wenn wir das jetzt nicht regelmäßig auffüllen und wir das jetzt so schleifen lassen, dann entsteht vorne eine Belastung und wenn wir dumm rankommen, dann können wir den ganzen Nagel mit abreißen und das führt zu einem Nagelbettbruch. Und weil der Nagel dann immer weiter rauswächst und wir eben hinten das Ganze nicht mehr stabilisieren können, weil wir es ja nicht auffüllen, verlagert sich das ganze Gewicht mit dem Gel nach vorne und das führt dann dazu, dass wir den Nagel abreißen können. Die, die längere Nägel haben, machen aber das Gleiche. Also ihr feilt bitte nur die Farbe ab und ihr müsst ein bisschen mehr vom Aufbau wegfeilen, aber nicht alles. Dann kürzt ihr den Nagel schön ungefähr auf diese Länge, das reicht schon vollkommen aus. Und bitte knipst die Nägel auch nicht ab, das machen nämlich sehr, sehr viele. Wenn ihr den Nagel an der falschen Stelle abknipst, kann es sein, dass der Nagel hochzus komplett einreißt und wir möchten ja nicht die Nägel kaputt machen, deswegen macht euch die Mühe, nehmt eine Nagelfeile, kürzt den Nagel runter und danach macht ihr so weiter, wie ich es an den kurzen Nägeln gezeigt habe. So viel heute von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es ist etwas hilfreich gewesen, um diese Zeit eben zu überbrücken, bis euer Nagelstudio wieder aufmacht. Ja, ich drücke uns allen die Daumen, dass alles gut geht und bis zum nächsten Mal. Ciao!